Zwischen Israel und dem Libanon eskaliert gerade die Situation. Warum aber greift Israel den Libanon an? Der englische Kanal Geopolitical Economy Report hat dazu ein Video gemacht, das ich schon gesehen habe, dass wir uns jetzt aber zusammen nochmal anschauen werden, weil ich es wirklich informativ fand und weil es auch viele Mythen, die hierzulande über diesen Konflikt existieren, widerlegt. Israel is waging war on Lebanon. This started on the 17th and 18th of September, when Israel carried out an act of terrorism in Lebanon, blowing up pagers and walkie-talkies that killed dozens of people, including civilians, and injured over 3,000 people. Israel killed at least four children in this terrorist attack. Also, Ben Norton beschreibt hier gerade den Terroranschlag, den Israel auf Isbollah-Mitglieder organisiert hat. Isbollah-Mitglieder, da werden jetzt viele denken, ach, das hat ja die Richtigen getroffen. Nee, da wurde medizinisches Personal getroffen, da wurden Zivilisten getötet und da wurden, wie Ben Norton es eben gesagt hat, mindestens vier Kinder getötet. Also, ja, und es war, wie gesagt, ein ganz klarer Terroranschlag. Wenn Yersbollah so eine Aktion gefahren hätte, dann würden hierzulande nicht die Medien jubeln, so wie das bei dem Terroranschlag von Israel hier passiert ist. Wo, wie gesagt, auch medizinisches Personal ins Visier genommen wurde. Also, ja. Ja, der ehemalige CIA-Direktor sagt, es ist eine Form von Terrorismus. Also, ihr merkt, ich übersetze das hier für euch, ähm, teilweise zumindest die wichtigsten Aussagen aus dem Video versuche ich euch zu übersetzen, da wir eher eine deutsche Reaktion auf ein englisches Video machen und ich auch möchte, dass die Zuschauer, die nicht so gut in Englisch sind, verstehen, was hier gesagt wird, weil das, wie gesagt, ein ziemlich informatives Video war. ... Israel against the people of Lebanon. Soon after, Israel's Defense Minister, Yoav Gallant, announced a, quote, new phase of war. He announced that Israel is sending more troops to the north, to the border with Lebanon, and Israel began launching airstrikes, killing hundreds of people in Lebanon. In just one day, on the 23rd of September, Israel killed nearly 500 people in Lebanon, including dozens of civilians, and Israel injured more than 1,600 people. Und by the way... By the way, this Israeli Defense Minister, Yoav Gallant, has been personally accused of crimes against humanity by the International Criminal Court at The Hague. In a statement in May, ICC Prosecutor Karim Khan said that Yoav Gallant and Israeli Prime Minister Benjamin Eliahu... Da geht es jetzt gerade um das Verfahren, was der Chefamt-Kläger am Internationalen Strafgerichtshof gegen Benjamin Detanier und Yoav Gallant in Gang gebracht hat. Das Verfahren ist noch nicht eröffnet. Also der Prozess dazu wurde erst gestartet. Aber er ruft sich da jetzt auf einige Anklagepunkte, die Ben Norden jetzt nochmal vorstellt. Hallo an Brotfunk. Schön, dass ich euch mal hier im Chat sehe. ...are guilty of starvation of civilians as a method of warfare, as a war crime, willful killing, intentionally directing attacks against civilians, extermination, and persecution as a crime against humanity. Now those ICC charges of crimes against humanity against Israeli officials are over their war crimes in Gaza. And top United Nations experts have said that Israel is carrying out genocide against the Palestinian people in Gaza and have called for an arms embargo, although the US and some European... Ja, was ihr da gerade gesehen habt, auch sehr interessant, war ein Artikel vom März 2024. Also diese Vorwürfe eines Genozids, die gibt es schon seit längerem. Und die Lage in Gaza, die wird ja nur noch schlimmer. Also bald steht der Winter vor der Tür, Krankheiten dürften sich massiv ausweiten. Also jetzt sind schon mehr als 40.000 Menschen gestorben. Wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Diese offiziellen Todeszahlen werden viel zu gering sein. Und hier seht ihr die wichtigsten Waffenlieferanten von Israel. Platz 1 die USA, Platz 2 Deutschland, Platz 3 Italien. Also wenn Deutschland keine Waffen in Israel liefern würde, dann würden 30 Prozent der israelischen Waffenversorgung fehlen. Also und das sind nur die Waffenlieferungen von 2013 bis 2023. 2023 hat Deutschland seine Waffenlieferungen nach Israel noch einmal verzehnfacht. Also Deutschland puttert da gerade richtig Geld und Waffen nach Israel, damit Israel auch ja diesen Krieg in Gaza möglichst brutal weiterführen kann, sondern dass Israel auch weitere Kriege wie jetzt gegen den Libanon losbrechen kann. Also das ist gerade die deutsche Politik. Also deswegen fordert ja beispielsweise das BSW, dass Deutschland keine Geldzahlung, also dass Deutschland keine Waffenlieferungen nach Israel liefern soll. Also das ist ja dann eine wichtige Forderung. Wie gesagt, dann würden Israel echt Waffen fehlen, um diese Kriege zu führen, die man da gerade führen will. Und Israel ist unter Investigation bei der Internationalen Court of Justice, die top UN-Legal authority, auf accusation von Genocide in Gaza, in a case that ist supported by many countries around the world. So Israel ist expanding die genocidal war that es wager in Gaza, now into Lebanon, und die rest of die region. And the United States is supporting Israel and arming Israel as it's carrying out these crimes against humanity. And the U.S. Defense Department, the Pentagon, published a statement on the 23rd of September defending Israel as it carries out a war of aggression against Lebanon. The Pentagon revealed that U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, who, by the way, was until recently on the board of directors of the weapons corporation Raytheon, Well, Lloyd Austin held two phone calls with Israel's defense minister Yoav Gallant, who has been accused of crimes against humanity by The Hague. And in these phone calls, Lloyd Austin, quote, reaffirmed the United States commitment to Israel's right to defend itself as Hezbollah extends its attacks deeper into Israel, end quote. So the Pentagon is claiming that Israel is supposedly defending itself after Israel started this war of aggression by carrying out a massive terrorist attack inside Lebanon, which, again, even the former CIA director admits was a massive Israeli terrorist attack. So the U.S. government is strongly supporting Israel as it carries out this war of aggression against Lebanon. And, of course, Israel is using U.S. weapons, U.S. bombs, U.S. missiles, U.S. military equipment, in addition to the political and diplomatic support that it gets from Washington. Israel could not carry out this war were it not for U.S. support. So what is Israel's goal in Lebanon? Well, Israel's education... You can see it, Ben Norton is also on Twitter. So there he writes auch manchmal ziemlich interessante Sachen. The education minister Joav Kitsch admitted it in an interview on Israel's Channel 14. He said, quote, Lebanon will be annihilated, end quote. And then he added, quote, Lebanon, as we know it, will not exist, end quote. There is no difference between the Hezbollah and the Lebanon. He said it as a first. I'm going to translate to what he said. Here are very relevant statements, which here in Germany, I'll see if I have my picture to the side. Yes, I'll see my picture just to the side. They were not reported in Germany. Lebanon, Lebanon is a strong to the point that the things are happening. And I'm going to say, I'm going to say, Lebanon is a strong to the side. Yeah, how the things are going to develop, will the Lebanon be released. Also, it's going to be the Lebanon here with destruction. Thank you, Seppi, for the abonnement. And by the way, this Israeli channel 14, where this Israeli education minister called for annihilating Lebanon, this channel has transmitted at least 50 calls for genocide against Palestinians, according to a report. on this channel 14, board, an Palestinian website, aufgerufen wurde, vernichtung des Libanons. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ja, die Nakba ist ein arabisches Wort für Katastrophe und bezeichnet die ethnische Säuberung Palästinas, die während der israelischen Staatsgründung stattfand, als über 700.000 Menschen aus ihrer Heimat vertrieben wurden. All in die Nachbarstaaten bzw. ins Westjordanland und den Gazastreifen. Amikai Chikli, one of the top Israeli officials, also admitted what Israel's goals are in a tweet on Twitter. This was in Hebrew, but as the auto-translate from Google shows, in this tweet he said that Lebanon and Syria and Iraq are not real countries. So he's admitting that Israel's goal is to colonize part of Lebanon, to steal part of Lebanese territory. He said, Lebanon does not meet the definition of a country. He claimed that the Lebanese government, which shits at the United Nations, is not sovereign. So blatantly denying the sovereignty of Lebanon. Then he claimed... Ja, er spricht dem Libanon hier das Existenzrecht ab. Also, das sind gerade die Töne, die von israelischen Ministern in aller Öffentlichkeit kommen, während Israel da gerade einen brutalen Krieg startet. ...that Syria and Iraq are not real states, they're not real countries. So Israel does not recognize the legitimacy of these countries that are sitting at the United Nations. And to justify this, what did he do? He included a map of borders that Israel wants to change. And he invoked the Sykes-Picot Agreement of 1916 during World War I. A colonialist agreement made between the British and the French Empires, in which they took out a map and carved up West Asia and decided, we will colonize this area, you will colonize this area. Ja, is heute auch nur bekannt, weil die Bolsheviki es nach der Oktoberrevolution veröffentlicht haben. Also das war ein Geheimabkommen, wo Großbritannien, Frankreich und Russland schon mal die Beute unter sich aufgeteilt haben, wenn man denn das Osmanische Reich irgendwann besiegt haben sollte im Ersten Weltkrieg. Weil ich es gerade im Chat sehe, also hier sind gerade sehr viele Leute drin, die... Also erstmal beleidigend werden und zum anderen Straftaten rechtfertigen. Also da muss man ja in Deutschland gerade vorsichtig sein. Wenn hier jemand schreibt, dass dieser israelische Krieg richtig sei, dann rechtfertigt ihr gerade einen Angriffskrieg. Das kann in Deutschland tatsächlich als Straftat gewertet werden. Also nicht, dass ich das gut finde, aber ich muss solche Kommentare, wenn sie im Chat auftauchen, tatsächlich löschen, weil das halt illegal sein kann und weil ich dann Probleme bekommen kann, wenn ich solche Kommentare stehen lasse. Das gleiche gilt für die Mods. Also wenn da irgendjemand hier israelische, völkerrechtswidrige israelische Angriffe auf andere Staaten rechtfertigt, wie das einige Kommentatoren hier machen, dann kann das tatsächlich als Straftat ausgelegt werden. Also das wurde es im Falle des Ukraine-Krieges, wenn als einzelne Leute das Verhalten Russlands verteidigt haben oder zumindest irgendein Staatsanwalt der Meinung war, das sei verteidigt worden, da gab es da tatsächlich Strafverfahren. Deswegen, da muss man mittlerweile sehr, sehr vorsichtig sein in diesem Land. Also das mache ich jetzt nicht, weil ich die Meinungsfreiheit krass einschränken möchte, sondern da muss man aktuell in Deutschland wirklich vorsichtig sein. Und er sagt, dass Israel in diesem Tweet muss recalculate a course regarding the borderline with the entity that calls itself the State of Lebanon. So he's saying openly, admitting this member of the Israeli cabinet, this Israeli minister, admits that Israel's goal is to reach, is to change the borders of these countries in the region and to colonize not only Gaza and the West Bank, which is Palestinian territory, but also colonize Lebanon. That is Israel's goal. It's to expand the colonial project and have a greater Israel, to expand Israel's borders and colonize more and more parts of the sovereign countries in the region. Ja, und das wäre übrigens nichts Neues. Israel hat den Libanon schon mal angegriffen und dann den Süd-Libanon 18 Jahre lang besetzt gehalten, bis es im Jahr 2000 von der Hezbollah vertrieben wurde. Also die Hezbollah hat sich erfolgreich gegen einen israelischen Angriffskrieg verteidigt. Die Hezbollah ist überhaupt erst entstanden, weil Israel den Süd-Libanon besetzt gehalten hat als Widerstandsbewegung da gegen diese Besatzung. Also hier geht es jetzt um den zionistischen Vordenker Theodor Herzl. Das ist jetzt ein Thema, die zionistische Besiedlung Palästinas, ist schon während der osmanischen Herrschaft und in der britischen Landartszeit, ist etwas, was ich jetzt nicht nochmal ausbreiten möchte. Das ist nur mein eigenes Thema. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich da jetzt noch was zu sagen würde. Aber darum geht es hier gerade. ...colonialist, who was inspired by the british colonization of Africa, he wrote a letter to the genocidal british colonialist Cecil Rhodes in Africa, after which the colony Rhodesia was named. And in this letter, the founding father of the Zionist movement, Herzl, proudly referred to Zionism as a colonial movement. Also Theodor Herzl hat schon geschrieben, dass der Zionismus ein koloniales Projekt ist in einem Brief an Cecil Rhodes. Also Cecil Rhodes, das war ein ziemlich wichtiger britischer Politiker, wer ihn nicht kennt. In 1917, the year after the Sykes-Picro Agreement was signed by the British and French empires, the British Empire gave a green light to the creation of the Israeli colony, Western colony, in the Balfour Declaration. So here we are in 2024, and the Israeli regime is run by far-right extremists, fascist fundamentalists, who are openly invoking 100-year-old colonial doctrines, to justify colonizing... Ja, also Israel wird von Rechtsradikalen regiert, die 100 Jahre alte koloniale Abformen heranziehen, um ihre eigene Politik zu rechtfertigen. Also das ist die Zuspitzung, die er hier gerade macht. Also ihr merkt es, Ben Norton, der ist an einigen Stellen ziemlich polemisch drauf, aber er trifft den Kern der Sache. Also er trifft den Kern der Sache. Ich hätte gerne so einen Kanal wie Geopolitical Economy Report auch im Deutschen. Also es wäre gut, wenn irgendjemand auf Deutsch so einen Kanal hier aufmachen würde, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Es wäre gut, wenn irgendwer den Kanal hier übersetzen würde, wenn irgendwer sich die englischen Videos nehmen würde und die auf Deutsch übersetzen würde. Das wäre, glaube ich, wirklich gut. Dafür bräuchte man vor allem Zeit, man bräuchte technisches Verständnis und man müsste die Macher dieses Kanals hier anschreiben, ob die das denn so ganz in Ordnung finden, wenn es da so einen deutschen Kanal geben würde. Aber das wäre tatsächlich mal was Gutes, wenn das irgendwer machen würde. Also das fehlt in Deutschland irgendwie. So ein großer, antiimperialistisch eingestellter Kanal, der Videos von dieser Qualität und in dieser Frequenz raushaut. Seppi schreibt es gerade unter Erlaubnis. Natürlich, ich habe ja gesagt, ihr müsstet dann natürlich, also der, der das machen würde, der müsste dann das Team von Geopolitical Economy Report anschreiben, dass man die Videos verwenden darf. Natürlich. Syria und Irak while carrying out Genocide against the Palestinian people. Und sie sind das mit der vollen Unterstützung der US-Empire, unflinching Unterstützung der US-Militarie und der politischen Klasse in Washington, including Präsident Joe Biden, Vice-Präsident Kamala Harris, former Präsident Donald Trump, und fast alle Mitglieder der Republican und Democratic Partei. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. Ja, also Netanyahu fährt hier nochmal diese Schwarz-Weiß-Rhetorik, die wir von ihm kennen. Das ist kein Clash der Zivilisation, das ist ein Clash zwischen Barbarei und Zivilisation. Also Balestinenser stehen jetzt für Barbarei beziehungsweise die Hasbola, beziehungsweise wer auch immer gerade der Feind Israels ist. Israel hat ja ziemlich viele Feinde in der Region. Man sich, wie gesagt, auch selbst geschaffen hat. Hasbola ist das beste Beispiel. Ohne israelische Besatzung im Südlibanon keine Hasbola. Das sind dann wie Barbaren und Israel steht dann für die Zivilisation. Wie zivilisiert es jetzt ist, zehntausende Zivilisten zu ermorden, lasse ich jetzt an der Stelle mal dahingestellt. Und die Grafik, die finde ich wirklich genial. Die ist von der BBC rausgebracht worden, also von einem sehr, sehr pro-westlichen Sender. BBC, das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen in Großbritannien. Wir haben einfach mal verglichen, wie viele Angriffe gab es von Hezbollah und wie viele gab es von Israel in jedem Monat. Und ihr seht es hier, in jedem einzelnen Monat hat Israel massiv mehr Angriffe auf den Libanon geflogen als die Hezbollah auf Israel. Also Israel war in den letzten, also im gesamten letzten Jahr wesentlich aggressiver als die Hezbollah. Und dieses Verhalten, das hat die israelische Regierung jetzt nochmal radikalisiert in den letzten Tagen. ...defend itself in Scarequotes from the Lebanese armed group Hezbollah with complete lies and fabrications. So the first lie is that Israel is under attack and Israel has to defend itself. In reality, even British state media, the BBC, has acknowledged that Israel is responsible for the vast majority of attacks on Lebanon since October 2023. From October 2023 until the end of June 2024, Israel carried out the vast majority of the more than 7,400 cross-border attacks. So for instance, in February, Israel carried out more than 800 attacks on Lebanon, whereas Hezbollah carried out around 150 attacks on Israel. In December, Israel carried out more than 800 attacks on Lebanon. Hezbollah carried out fewer than 200 attacks on Israel. So Israel is very clearly... Und ihr seht's hier, das ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Großbritannien, was solche Grafiken rausbringt. Also in Deutschland würdet ihr für so eine Grafik als israelbezogener Antisemit beim Öffentlich-Rechtlichen gefeuert werden. Und wie gesagt, die BBC ist extrem pro-westlich, die ist eher pro-israelisch. Aber das zeigt nochmal, was für ein besonderes Maß an Propaganda und vollkommen fehlender Hintergrundberichterstattung wir hier in Deutschland haben. ...the aggressor. But to try to justify this colonial war of aggression being carried out by Israel, Western governments are relying on ignorance about Hezbollah. This is one of the most misunderstood groups in the West. They say that Hezbollah is supposedly a terrorist organization without explaining the fact that the vast majority of countries on Earth do not recognize Hezbollah as a terrorist organization. Ich lasse die Karte mal kurz eingeblendet. Also, wen sehen wir auf dieser Karte hier? Wir sehen die engen Verbündeten in den USA. Deutschland, Tschechien, Österreich, Großbritannien, dann die baltischen Staaten, Kanada, die USA natürlich, Kolumbien, Uruguay, Argentinien. Oh Gott, ich bin, was die mit amerikanischen Staaten angeht, nicht so auf der Höhe. Ich glaube, das sind Honduras und Guatemala, aber naja, geht mich nicht drauf fest. Dann die Golf-Araber, die haben die Hezbollah als Terrororganisation eingestuft, weil Hezbollah halt eng mit dem Iran verbündet ist und Saudi-Arabien und der Iran waren lange Zeit nicht gut aufeinander zu sprechen. Deswegen stuft Saudi-Arabien mit der pro-iranischen Gruppe dann natürlich als Terrororganisation ein. Das Gleiche gilt dann auch für den Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate. Dann Australien, Neuseeland, der Westen, Malaysia und Japan. Also, ihr seht es und hier Aserbaidschan seht ihr tatsächlich noch einen der eng israelischen Verbündeten in der Region. Also Israel gehört auch zu den wichtigsten Waffenlieferanten des Aliev-Regimes, was damit ja, sein Nachbarland Armenien immer wieder bedrohen kann. Ist eine andere, ist eine andere Geschichte. Das würde jetzt zu lange dauern, das aufzurollen. Aber das sind die Länder, die die Hezbollah als Terror, oder die die Hezbollah insgesamt als Terrororganisation sehen. Es ist nicht mal der Westen, es sind einige, wenige, besonders radikale Staaten innerhalb des Westens. Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Griechenland, Polen, die Ukraine, also innerhalb Osteuropa eigentlich, die skandinavischen Länder. All diese Länder sehen die Hezbollah nicht als Terrororganisation. Also, es sind wirklich nur einige besonders radikale Israel-Unterstützer im Westen. Es ist nicht mal der Westen, der die Hezbollah als Terrororganisation sieht. Stimmt, ich hatte Serbien vergessen, ihr habt recht, Serbien. Und ein paar Mini-Staaten hier, die habe ich sicherlich auch noch vergessen und der Karte nicht richtig erkennt. ...hezbollah als eine so-called Terrororganisation. Und furthermore, wir sollten in der Meinung, dass Hezbollah sowohl einen politischen Arm und einen militärischen Arm. Und die politische Wende Hezbollah ist ein politische Partei in Lebanon. Es ist Teil des demokratisch electtes Parlaments in Lebanon. Und Hezbollah politische Wende ist nicht als terrorist organisation by many countries in Europe, including France. France recognises Hezbollah's political wing as a legitimate organisation, along with the vast majority of countries on earth. So the US says we claim this organisation is a so-called terrorist organisation and the rest of the world must obey what we say. This is not according to the United Nations. This is not according to international law. But the Western media simply regurgitates the claims of the US government and expects everyone else to believe what they say. So here in the rest of this analysis today I'm going to explain what Hezbollah is, where it came from, and how in reality Israel bears responsibility for the creation of Hezbollah which was founded as an organization that was defending the sovereignty of Lebanon after years of illegal military occupation of Lebanon by Israel which invaded 1982 bis 2000 Israel versucht den Südlibanon besetzt zu halten hat nicht funktioniert die Hezbollah hat Israel militärisch vertrieben paar Jahre später hat Israel noch mal versucht da einzumarschieren hat wieder nicht funktioniert also deswegen bereitet Israel die aktuelle Bodenoffensive durch solche Terroranschläge und durch extrem brutale und opferreiche Bombenkampagnen mit sehr vielen zivilen Opfern vor also deswegen diese extrem brutale israelische Kriegsführung bevor Israel überhaupt einmarschiert ist die wir jetzt sehen weil Israel eben diese Bodenoffensive vorbereiten muss weil das die letzten Male ziemlich schief gegangen ist als Israel versucht hat da ein Besatzungsregime zu installieren die United States in 1982 Israel invaded South Lebanon und in 1985 es officially began a military occupation there's a report I'm reading here from the Los Angeles Times titled Israel leaves South Lebanon after 22 years this article was published in 2000 Ja 22 Jahre davon hat der Deckel gerade gesprochen obwohl die israelische Invasion erst 1982 stand diese Differenz kommt daher dass Israel schon Ende der 70er Jahre angefangen hat Luftangriffe auf den Libanon zu fliegen also Israel hat da auch vorher schon die rechtsradikale Verlange Miliz unterstützt die da verbrechende Zivilbevölkerung begangen hat mit der Israel auch während seiner Besatzung operiert hat die wirklich also die wirklich grausame Massaker im Libanon angerichtet hat beispielsweise eins in zwei Fischlingslagern wo mehrere tausend Zivilisten gestorben sind was übrigens unter Aufsicht von israelischen Zeudaten the Los los angeles times pointed out that israel actually began launching attacks inside lebanese territory in 1978 carrying out attacks on palestinians and then in 1982 israel launched a full scale invasion of lebanon which escalated into an israeli occupation of south lebanon in 1985 that occupation continued for 15 years until 2000 okay okay wir hatten es im letzten video zwar schon aber ich erkläre es jetzt also bei einigen im chat gerade nachfragen der offizielle grund warum israel in den libanon einmarschiert ist war die um die PLO zu liquidieren israel ist dann da einmarschiert hat in kürzester zeit 17.000 libanesen und palästinenser umgebracht ziel war es wie gesagt die PLO führung zu liquidieren israel ist dann bis west beirut vorgestoßen hat dort wirklich ein entsetzliches massaker angerichtet hat den stadtteil belagert von nahrungsmittel und wasserversorgung abgeschnitten und versucht die plo führung umzubringen angesichts der extrem hohen zivilen opferzahlen hat dann die us-regierung unter ronald drag druck auf israel ausgeübt dass es sich mit der plo irgendwie im verhandlungstisch einigen soll die plo hat sich bereit erklärt sich in alle möglichen arabischen länder zurückzuziehen sich also komplett zu zerstreuen damit war die plo militärisch zerschlagen das gebiet was die plo im libanon kontrolliert hatte war dann nicht mehr unter kontrolle der plo war damit militärisch ausgeschaltet das alles hat israel gemacht weil die rechtsradikale israelische regierung unter menarchien begim damals das westjordanland gerne weiter nach israel integrieren wollte und dort militärischer widerstand der plo störend gewesen wäre also alles übrigens völkerrechtswidrig sowohl der einmarsch im libanon als auch die de facto annektion des westjordanlandes aber wie gesagt andere geschichte auf jeden fall hatte israel sein kriegsziel erreicht trotzdem hat israel den süd libanon bis zum jahr 2000 militärisch versuch gesetzt zu halten also obwohl israel sein kriegsziel erreicht hatte wollte es den süd libanon besetzt halten israel trennt sich nur sehr ungern von gebieten die es einmal erobert hat und israel geht sehr brutal erst recht gegen die unterworfen zivilbevölkerung vor wenn es darum geht gebiete weiter zu kontrollieren und das war eben auch im süd libanon so die israelische besatzung die wie gesagt massenweise zivilisten massakriert und vertrieben hat hat es dazu geführt dass die hezbollah überhaupt stark werden konnte hat er erst dazu geführt dass der politische islam der vorher im libanon relativ unbedeutend war mit der hezbollah zu einer wichtigen politischen kraft werden konnte also das vielleicht mal zu den hintergründen des krieges ich hatte sie eben im letzten video auf das wir reagiert hatten wurde das alles schon erklärt aber jetzt dann eben nochmal organisation die hat viele teile und so eine massenbewegung die kannst du nicht die kannst du nicht komplett astroturf mäßig über jahrzehnte am leben erhalten wie das mit der esbollah da passiert die wird aus dem iran unterstützt vor allem der militärische flügel das ist sicherlich der fall aber wie gesagt zu esbollah gehört noch sehr viel mehr und die wäre ohne die israelische militärbesatzung so nie entstanden israel attack lebanon yet again in 2006 waging another brutal war killing and injuring thousands of people in lebanon so hezbollah ist eine organisation 2006 klingelt da bei euch das war als israel sich aus gaza zurückgezogen hat also es ist immer das gleiche schema also Ende der 70er jahre schließt israel mit ägypten das camp david abkommen zieht sich anschließend aus dem sinai zurück israel hat plötzlich freie kapazitäten nutzt diese kapazitäten sofort um einen neuen krieg im libanon zu starten 2006 zieht sich israel dann aus gaza zurück und sofort nutzt israel die freigewordenen kapazitäten um neuen krieg gegen den libanon zu starten chino das hezbollah Hezbollah ist eine extremist-Islamist-Organisation, das ist quasi ein Lied. Obwohl, ich habe gerade Unsinn erzählt, der Abzug Israels war es nicht 2006, sondern 2005. Also 2005 Abzug aus dem Gaza-Streifen, 2006 Krieg im Libanon. Das ist die richtige Chronologie. Now Hezbollah ist eine Shia-Organisation. It does have an islamic-nationalist-ideologie. But it is not extremist in the way that Al-Qaida and far-right Salafi-Jihadist groups are, which are Sunni fundamentalists, Al-Qaida and those groups similar to Al-Qaida, they see Shia Muslims as basically worse than pagans and as heathens. And in fact, many of these extremist Salafi-Jihadist groups like Al-Qaida, these terrorist groups, The main targets of their terrorist attacks are in fact Shia-Muslims, who are represented by Hezbollah in Lebanon. So in fact, not only is Hezbollah a group that has defended... Ja, Hezbollah hat extremistische Gruppen wie den islamischen Staat oder Al-Qaida bekämpft und an der Seite der international anerkannten Regierung in Syrien unter Bashar al-Assad gekämpft. Der Westen hat die djihadistischen Gruppen unterstützt und versucht, Assad zu bekämpfen. Das ist auch eine interessante Episode, die hier überhaupt nicht berichtet wurde. The existence of other religious groups in Lebanon, because Lebanon is a very religiously diverse country. Hezbollah has in fact formed alliances with some Christian groups inside Lebanon. The Christian Science Monitor published a very interesting article titled, In Hezbollah Stronghold, Lebanese Christians Find Respect Stability. In a Christian home in a Shiite suburb of Beirut, images of Hezbollah leader Hassan Nasrallah share mantle and wall space with the Virgin Mary. Even the neoconservative US-News website Daily Beast published an article acknowledging that Lebanese Christians had formed an alliance with Hezbollah in order to fight ISIS and Al-Qaida and other extremist Sunni-Fundamentalist groups. Now, obviously, the majority of Sunni Muslims are not extremists and do not support Al-Qaida and groups like that. I'm not saying that Sunnis are all extremists. But what I am saying is that when you think of Islamist extremist terrorist groups like Al-Qaida and ISIS, they hate Shia Muslims, they hate groups like Hezbollah. They see Hezbollah as their main enemy. And of course, Iran is a majority Shia country. And these extremist Islamist groups like Al-Qaida and ISIS, they despise Iran. They consider Iranian Muslims to be non-Muslim, and those extremist groups have carried out many terrorist attacks on Iranians, on Shia Muslims in Iran. Now, I mentioned that Hezbollah had allied with Christians in Lebanon to fight against ISIS and Al-Qaida. When did this happen? Why did this happen? This was part of the war in Syria, in which the U.S. and its allies like Saudi Arabia and Qatar and Turkey, Turkey, together, these countries and Israel supported far-right Sunni extremists in Syria that were trying to overthrow the Syrian government. And of course, Lebanon has a big border that it shares with Syria. So these extremist Sunni fundamentalist groups, backed by the West and Israel, they were crossing over the eastern border of Lebanon, the western border of Syria, crossing into Lebanese territory and taking over area inside Lebanon. So Hezbollah, being a very powerful group, defended the territorial integrity of Lebanon and was fighting against ISIS. In fact, even the mainstream western media acknowledged that the Lebanese army was indirectly collaborating with Hezbollah in order to fight ISIS and Al-Qaida. Was auch nur logisch ist. Wie gesagt, die Hezbollah sitzen in der libanesischen Regierung, ist einer der wichtigsten Parteien im Libanon, ist ins Parlament gewählt worden. Also es wäre absurd, wenn Hezbollah und die libanesische Armee nicht miteinander kooperieren würden. Äh, nicht miteinander kooperieren würden. 2017 report in Reuters. Lebanese army Hezbollah announced offensives against Islamic State on Syrian border. Now, officially, the Lebanese army claimed they were not collaborating with Hezbollah because the Lebanese army has received support from the US and Western governments and they don't want to be affiliated with Hezbollah formally. But we all know that unofficially, the Lebanese army was collaborating with Hezbollah against ISIS. And they were also unofficially collaborating with the Syrian army against ISIS. And meanwhile, while Hezbollah was fighting ISIS, do you know where ISIS fascists were getting their weapons from? The United States and its allies. Woher hatte ISIS seine Waffen von den USA? Also, für alle die, die hier Ben Norden nicht glauben, googelt mal Operation Timber-Sikamoor. Also, könnte die Weltbilder von einigen ins Wanken bringen. Here's a report from CNN in 2015. Also, die USA haben natürlich nie offiziell gesagt, wir beliefern jetzt ISIS oder Al-Qaida mit Waffen, sondern die USA haben gesagt, wir beliefern gemäßigte Rebellen. Die Waffen sind dann natürlich trotzdem bei ISIS und Al-Qaida gelandet. Also, weil diese gemäßigten Rebellen größtenteils eben nur eine Fata Morgana waren, um öffentlich zu sagen, wir unterstützen Niger-Distische Gotteskrieger. Operation Timber-Sikamoor. And actually, Qatar was also supporting Al-Qaida in Syria, which is ironic. But as this Al-Jazeera report noted, arms used by ISIS or ISIL in battle were supplied by the US and Saudi Arabia to Syrian opposition fighters. In 2015, Reuters published an article quoting the US military, which admitted that US-trained so-called rebels in Syria, the so-called moderate rebels, gave their US weapons and military equipment to Jabhat al-Nusra, which was Syria's Al-Qaida affiliate, which at that time was the world's largest Al-Qaida affiliate. So, I really need to emphasize this point. The US military admitted... Also, hier habt ihr noch ein Beispiel. Die USA haben dann Gruppen bewaffnet, die mit dem syrischen Al-Qaida-Ableger zusammengearbeitet haben. Mensch. Wenn du Verbündete von Al-Qaida bewaffnet wirst, dann geben sie, wenn sie zusammen mit Al-Qaida kämpfen, diese Waffen natürlich weiter an Al-Qaida. Logisch. Also, das waren dann die Tricks, womit die USA sagen konnten, wir haben nie offiziell Al-Nusra oder wir haben nie offiziell den islamischen Staat bewaffnet. Ja, aber de facto. Die Waffen sind auf jeden Fall dort gelandet, wo sie landen sollten. The so-called moderate rebels that they armed in Syria were giving weapons to Al-Qaida. So, let's summarize what happened here. Hezbollah and its allies like Iran and the Syrian government were... forming coalitions with Christians and minority groups in Lebanon and in Syria to protect themselves against ISIS and Al-Qaida, whereas ISIS and Al-Qaida were getting weapons from the U.S. and the Gulf monarchies as they tried to carry out genocide against Shia Muslims and Christians and Druze and other religious and ethnic minorities. So, again, Hezbollah fought against ISIS while ISIS was getting U.S. weapons, but we're supposed to believe that Hezbollah is a so-called terrorist organization. So, now, where does Israel fit in all of this? Well, in 2019, the chief of the Israeli military, the IDF, admitted that for years, Israel had been providing weapons and support to the so-called rebels in Syria that were allied with ISIS and Al-Qaida as they were fighting the Syrian government and its allies, Iran and Hezbollah. In fact, it gets even worse. The mainstream Israeli newspaper, The Jerusalem Post, reported in 2015... I'm reading the headline, quote, report, Israel treating Al-Qaida fighters wounded in the Syria civil war. This article admitted that extremist Salafi jihadist fascists from Syria, from Al-Qaida, the Al-Qaida affiliate, which is Jabhat al-Nusra, when they were wounded, they were being treated by Israel. Israel was literally aiding Al-Qaida in Syria. And that's not all. Oh, ISIS one time accidentally attacked Israel. And what happened? Well, I'm reading here an article from 2017 in The Times of Israel. Also, ähm, der IS hat Israel einmal ausversehens angegriffen und sofort hat sich der ehemalige Verteidigungsminister des IS bei Israel für diesen Angriff entschuldigt. Und das ist jetzt noch eine ziemlich absurde Anekdote, aber ist tatsächlich so passiert. It says, ex-Defenseminister says ISIS apologized to Israel. I'm just gonna read the opening paragraph. Das soll ich dir mal vorstellen. Der IS bekennt sich sonst zu jedem Terroranschlag, mit dem er häufig auch gar nichts zu tun hatte, sondern wo einfach irgendein Einzeltäter zugeschlagen hat. Und dann sagt der IS dann, hallo, das waren wir. Und jetzt greift der IS Israel an und entschuldigt sich dann dafür. ...graph of this article in the mainstream Israeli media outlet, The Times of Israel. Quote, former Defense Minister Moshe Yalon on Saturday said the Islamic State terrorist group in the Syrian Golan Heights apologized for attacking an Israeli unit. There was one case recently where Daesh opened fire and apologized, Yalon said, using the terror group's Arabic nickname, end quote. So, I really need to stress this once again. Hezbollah, which Western governments claims is... Keiner schreibt im Chat gerade vielleicht, ähm, hat Israel die verwundeten Al-Qaida-Kämpfer nur aus humanitären Gründen versorgt. Ja, Israel tötet im Libanon hunderte Zivilisten, um einen Hezbollah-Funktionär umzubringen. Aber bei verwundeten Al-Qaida-Kämpfern, da, äh, kontaktiert Israel dann sein großes zu humanitäres Herz. Bestimmt. Also, das ist an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig, Israel hat in den vergangenen Jahren auch immer wieder völkerrechtswidrig Stellung in Syrien angegriffen, um eben gegen die Hezbollah vorzugehen, die in Syrien den IS bekämpft hat. Also, Israel hat wirklich dem IS damit indirekt geholfen, dass es Stellung der Hezbollah angegriffen hat in Syrien. Also, es gibt auch krasse Äußerungen von israelischen Politikern bezüglich des islamischen Staates, die Michael Lüders in seinem Buch, ähm, die den Sturm ernten über den Syrien-Krieg erwähnt. Die habe ich, das brauche ich gerade leider nicht vorliegen. Ich mache hier gerade ein Reaktionsvideo, aber, äh, das kann ich euch nur empfehlen zu dem Thema, wie hat sich eigentlich Israel während des syrischen Bürgerkrieges gegenüber dem islamischen Staat verhalten. Er sagt, Israel hat nicht den islamischen Staat bekämpft, Israel hat diejenigen bekämpft, die den islamischen Staat bekämpft haben. This is, this really speaks for itself. When you understand these facts, which have all been reported in mainstream media outlets, I'm not quoting any fringe media outlet here. These are mainstream media outlets in the US and Israel. They are acknowledging that the so-called terrorist organization Hezbollah was fighting against the actual terrorists, and Hezbollah defended not only minority groups, but it defended Lebanon and its territorial integrity and sovereignty. In fact, in 2020, Reuters reported that Hezbollah is the most powerful group in Lebanon, period. Of course, there's also the Hezbollah political party, which is just one of the political parties in the parliament, which is in the ruling coalition. But we're talking about the Hezbollah armed wing. This is not just a small paramilitary group. In fact, some analysts say that Hezbollah is more powerful than the Lebanese armed forces. That is to say that it is because of Hezbollah that Lebanon still exists in its form, current form, with its territorial integrity. If it were not for Hezbollah leading the resistance, Israel would have colonized the southern part of Lebanon, which it militarily occupied for 18 years. If it were not for Hezbollah, ISIS and al-Qaeda may have taken over Lebanon. So Hezbollah and the Syrian government and Iran and also resistance groups in Iraq, they were responsible for defeating ISIS and defending their country's territorial integrity and sovereignty and preventing their governments from being overthrown by ISIS and al-Qaeda, whereas the West was basically cheering them on as they tried to take over huge swaths of West Asia. Now, on that note, I'm going to conclude. I wanted to provide some more context for Israel's war on Lebanon and what Hezbollah is, because this is one of the most misunderstood organizations in the West, because Western mainstream media outlets simply regurgitate the propaganda of Western governments and do not help people actually understand what is happening. Ja, das waren doch gute Worte. Also, die westlichen Medien geben einfach nur Regierungspropaganda wieder und sorgen dafür, dass die Leute eben nicht verstehen, was die Hintergründe dieses Konfliktes sind. Und in diesem Sinne möchte ich wirklich sagen, es wäre so gut, wenn wir einen deutschen Geopolitical Economy Report hätten. Also es wäre so gut, wenn irgendwer die Videos dieses Kanals hier übersetzen würde und es das Ganze hier auf Deutsch gäbe. Also es ist wirklich schade, dass es das nicht gibt. Es gibt in Deutschland viel zu wenige Kanäle, die außenpolitische Aufklärung betreiben, aber das ist doch sehr, sehr schade. Also wenn irgendwer von euch Zeit, Geld und technisches Know-how hat, kann er sich vielleicht mal mit ein paar anderen Leuten zusammentun und gucken, ob es da was zu machen gibt. Ich habe leider weder das technische Verständnis noch die Zeit, sowas zu machen. Aber wie gesagt, ich möchte an dieser Stelle wirklich dazu aufrufen, es gibt auch noch viele andere englische Kanäle, bei denen ich mir das wünschen würde, dass es da deutsche Synchro-Kanäle gibt. Also das geht jetzt nicht nur für diesen Kanal, aber dann hätten wir, glaube ich, in Deutschland auch eine bessere Debatte, wenn viele Inhalte, die im Englischen hunderttausende Leute erreichen, wenn die auch in Deutschland ähnlich viele Leute erreichen könnten. Also in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.